hallo und herzlich willkommen zurück bei dismantle wir stehen hier kurz vor der vierten rennstoffzelle das heißt ich denke es ist jetzt kein keine boss time man dachte schon es wäre jetzt boss time und den baseball schläge jetzt mit der sichel und mit der angel art mode ist aktiv ich verstehe das nicht also wir kommen da nicht hoch kommen dann nur über die risse hoch jetzt mal punkt 1 und zwei sollten wir irgendwas mit polizei finden wir haben keine polizei gefunden dafür eine arktisch arktis forschungsstation und ja so weit so schlecht würde ich sagen was machen wir da jetzt das ist die frage aller fragen und diesen riss schlüssel kommen wir da nicht hoch ohne den kommen wir da nicht hoch so wie können es das mal runterklappen ja wunderbar schön sagt gut wir haben jetzt eine verbindung von hier nach hier ja so so ok reparierbar das ist auch oben hier ist unten das ist unten kann das sein wir marschieren noch mal hoch wir marschieren noch mal da hoch ich bin gerade etwas das können die ja nicht quasi oder können sie könnten sie natürlich schon aber ich denke nicht dass sie das quasi von diesem riss schlüssel abhängig gemacht haben weil nicht jeder wahrscheinlich die quests auch verfolgt die wir jetzt auch verfolgt haben sondern eher nach den brennstoffzellen sucht und dann da gar nicht lang kommen würde damit man die diese armbanduhr und so weiter bekommt hier war doch mal ein feuer also uns ist jetzt irgendwie nichts mehr nicht mehr so kalt aber noch kürze oder liegt was süßes oder liegt was süßes sondern wenn wir uns hier geschwind auf und offen das beste okay hier geht es ja ja passt so aber ach da waren noch mehr pilze er fühlt sich weiterhin jetzt geht es ein bisschen runter jetzt geht das bis schon runter so was ist hier noch halt hallo das x markiert die stelle so was können wir denn hier alles ausgraben das reifen spuren okay wir machen mal ein x mit reifen spuren versuch das mal auch in echt quasi also nur nix keine weiteren spuren nur nix dann will ich euch mal sehen oder mich so okay wir haben dann oh gott gott sei dank ich dachte schon wieder an den schlüssel geisteri hallo was will uns eigentlich geisteri zeigen ah hier ist es zeigen wir es mit ihm mitkommen oder geisteri geisteri renn nicht so schnell von uns weg wir brauchen nämlich pilze wohin hier soll ich graben was das zeigt uns wo manasplitter liegen okay das hätte ich jetzt nicht erwartet ich dachte was ist diese geisterrehe also dass die irgendeine funktion haben war ja klar aber holy die wiederholen sich aber auch ne da war hier die letzte brennstoffzelle liegt in einem künstlich aufgestauten see du wirst ihn trockenlegen müssen suche am wasserwerkstamm nach einem raum mit einem pumpen mechanismus hier ist ein terminal abgeschlossen ich muss rausfinden wie man diese tür öffnet vielleicht gibt es ja irgendwelche hinweise in der nähe ähm wahrscheinlich hier vorne nur radio nein okay und das sagt er auch nicht das ist wichtig äh hier 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 ist ein kühlschrank mit ewig vielen tomaten mhm verschlossene türterminal hier ist ein gebäude mit einem radio offenbar haben einige dammarbeiter im fjorddorf gewohnt vielleicht haben die den schlüssel ähm who the fuck is fjorddorf äh 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 abgeschlossen ich muss raus wenn wir meine tür öffnen bla bla das fjorddorf das schickt uns das spiel aber auch wieder durch das ganze gebiet da lassen wir wieder mal nichts aus das gut an sich dass wir auch das zeug immer anschauen müssen wir sind im fjorddorf endlich da dann suchen wir jetzt mal diesen schlüssel so wer hat ihn in seinem schrank versteckt das wäre zu einfach gewesen was ist hier nichts wahrscheinlich könnte man hier irgendwie graben und schatz finden das ist ein explosions meister wollte ich sagen ja die pilze die könnte man demnächst zusammen haben suchen ist das der schlüssel kontrollraum jawohl was gibt es denn hier noch gibt es noch so eine zeitkiste und ganz schön kalt ja das wissen wir dann schließen wir den mal auf ja gut wahrscheinlich jetzt sieben millionen pilze gesammelt also ich fühle mich zumindest so auch ein paar rote ja es ist ganz schön kalt ich denke es ist besser wenn man sachen ganz oft wiederholt oh das sind fische und ob eine rote na dann auf in die schlacht dann mal auf auf zu unserem freund den quater ja wieder einfach nein können wir nicht frage beantwortet oh dieser nebel ganz schön kalt ja ja aber wie kommen wir denn jetzt da runter wo wir da hin wollen hin sollen hier ist ja noch quasi wasser hier hinten waren wir gerade das können wir nicht runterklappen ja ach nee wir können da hinten lang laufen scheinbar wir können wohl hier irgendwo lang laufen hier durch und ja weil wir sind ja eine stufe höher ne ich dachte wir wären auf der gleichen ebene wieder wie dort wo wir vorhin waren aber dem ist ja nicht so hier sind noch ein paar pilze heilen wollte ich eigentlich nicht okay hier geht es auch nicht rein hier geht es rein und das klappt mir noch um vorher hier gibt es noch ein paar fischies und dann der hier wohl unser nächster feind das schwert im see was soll denn diese ach was sollte er denn der sagt gleich so ich habe Flammenwürfe ah ist jetzt auch schneller stimmt ja aber wir sind ja gott sei dank auch schneller oh gott Flammenwürfe okay den ersten helfer haben wir fast der hat nur drei wahrscheinlich weil er einen Flammenwürfe hat so wir können ein paar gute hits landen ja auch dass diese kreisel methode irgendwie immer funktioniert ei das ist ja ich heile mich lieber mal bevor wir jetzt dumm sterben aber ich habe Angst vor dem Flammenwürfe immer ah oh Jungs wir packen das Leute oh Gott jetzt kommt wieder dieser Move versteckt mich da hinterm Auto bringt gar nichts fuck ah wir gehen siegreich aus der Sache oh oh Gott die letzte Brennstoffzelle wir haben sie ein kleines Freudentänzchen ja ja gut gut und 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 wir sollen noch nach hinweisen wegen Polizei gucken aber wir haben ja keine hinweise gefunden so was war denn das suche nach hinweisen auf Polizei an den Westhafen Kais ja wir werden uns jetzt dann wahrscheinlich erstmal dorthin machen weil wir da auch den nächstgelegenen Mast haben aber aber wie ist das jetzt wir kommen ja jetzt hier nicht runter ne Kala Kuko hab ich noch nie gehört wird wird schon lecker sein ok hier lang auch nicht hm müssen wir den Weg zurück gehen den Weg gekommen sind das sieht fast aus was mich noch interessiert ist das da hinten weil da extra eine Hängebrücke rüber ist und es gibt hier wohl nur Bären wait a second ist es nur fürs Aussehen oder hmm I'm curious ok ok äh ich wollte ja jetzt nicht wieder hoch eigentlich ja aber jetzt sind wir wieder oben was spielt hier Reise nach Jerusalem oder raus hier ja na toll ähm ah ja dann ähm kümmern wir uns um das noch unseren Zufallsfund was ist das wohl für ein Rätsel ewige Pflicht oh 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 come on close enough ist da nicht bei dem die tür aufgegangen na ne der läuft hier im kreis okay aber was aktiviert er mit seinem rum gehamplett da drin oh ich glaube ich glaube dass ich das hier lieber hätte okay so weit so schlecht mhm 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 no hätte ich den gebraucht um hier aufzumachen oh gott sag jetzt nicht doch die sind notwendig für die rätsel oh gott so tauschen wir hier wieder die langsame uhr ach genau mhm 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 wir bleiben jetzt so im slow mode so jetzt macht der uns nämlich hier die tür auf und der macht uns die falle weg und hier haben wir niemand für eine falle doch den hier oh oh Wow, der klemmt da jetzt, oder? Ne, jetzt ist er ein Stückchen rausgerutscht. Ja. Okay, das klappt dann so. Wir können jetzt, ah, hier nochmal einen Hebel. Und wir kommen zum Sarg. Wunderbar. Dann haben wir das Rätsel hier auch noch gelöselt. Nice. Tschüss.